Heute, Freunde, werden wir eine riesige Kaugummifabrik bauen. Hä, kriege ich vielleicht auch ein Kaugummi? Hey, warte mal, das ist meine Fabrik, weg mit dir! Okay, ist ja in Ordnung, Mann! Und das ist unsere Fabrik von oben, Leute! Noch sieht unsere Fabrik mega klein aus und die Kaugummi-Bälle, die stapeln sich hier schon. Dort oben kommt Stück für Stück ein Kaugummi-Ball raus, ihr seht es. Und die müssen natürlich verarbeitet werden zu richtigen Kaugummis. Und dafür müssen wir hier nur die Kaugummi-Fabrik öffnen und dann müssen wir sie die ganze Zeit klein machen. Und dann werden sie schön Stück für Stück verkauft. Oh mein Gott, was eine harte Arbeit. Freunde, hier zeige ich euch nochmal kurz meinen Merch-Shop. Dort gibt es viele coole Dinge, zum Beispiel den Mini-Vitamine, die Sandix- und Vitamine-Hoodies oder auch ganz normale Alltagsgegenstände. Also, wenn du noch nicht weißt, was du dir zu Weihnachten, Geburtstag oder Ostern wünschen sollst, schau gerne mal nach dem Video vorbei. Aber, sorry, ganz egal, wenn du mir helfen willst, meine Kaugummi-Fabrik ganz, ganz nach oben zu bringen, dann lass es mich wissen mit einem Daumen nach oben und schreib noch ein nettes Kommentar. Und wir haben 1000 Dollar. Das bedeutet, wir können uns jetzt noch einen Zitronen-Gummball holen, also Zitronen-Gummi-Ball, dann noch einen Zitronen- und wir kaufen uns erstmal Kirsch. Kirsch ist ganz lecker. Und jetzt haben wir noch viel, viel mehr Bälle, die von oben runterkommen. Und diese stauen sich hier und warten natürlich wieder, verarbeitet zu werden. Oh Mann, Alter, das kann ja mega lange dauern, Leute. Damit es aber nicht so lange dauert, Leute, würde ich sagen, kaufen wir uns doch einen Upgrader. Und der ist natürlich jetzt gekauft. Und ich würde sagen, wir öffnen mal die Fabriktore und müssen jetzt schnell sein. Oh mein Gott, Alter, guckt euch mal unten rechts meine Kaugummi-Grenze an. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Ich komme gar nicht mit dem Verkauf mit der, so schnell kommen die Bälle rein. Und oben seht ihr, wie schnell wir wieder Geld bekommen und pro Stück bekommen wir 11 beziehungsweise 7 Dollar. Das bedeutet, wir können ein automatisches Sammeln kaufen. Das bedeutet, der verarbeitet die jetzt automatisch. Und können auch unser Lager öffnen für 30 Sekunden. Jetzt bleibt das Lager für 30 Sekunden geöffnet. Allerdings kommt, glaube ich, unsere automatische Maschine nicht hinterher. Und mit dem Geld, was wir uns jetzt hier erarbeitet haben, werden wir uns neue Maschinen leisten können. Zum Beispiel Blaubeer-Gummibären. Mh, die sind lecker. Und wir müssen jetzt bis zum orangenen Gummiball schaffen. 9,5 Millionen, was? Also Leute, das hätte ich echt anders erwartet. Lasst mich rein, ich will auch ein Kaugummi werden. Okay, Kaugummi-Bär, viel Spaß. Oh Mann, natürlich geht das leider nicht. Also ich hätte ihn schon gerne zu einem Kaugummi-Bär gemacht. Aber ich würde sagen, Leute, wir verkaufen mal Stück für Stück wieder unsere ganzen Kaugummis. Oder wir machen sie zu Kaugummis. Und ihr seht es, wie unser Geld dadurch steigt. Bam! Alter, bekommen wir jetzt viel Geld. Und wir können uns jetzt hier noch so einen Upgrader kaufen, der die Gummibälle nochmal upgradet. Und ihr seht es, wie schnell sich die hier stapeln. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt nämlich Kirsche, Blaubeere und Zitrone. Und ja, da fallen schon echt viele aus dem Automaten raus. Und deshalb würde ich sagen, öffnen wir das Lager mal für 45 Sekunden. Und werden alles ganz schnell verarbeiten. Oh mein Gott, unten rechts, ihr seht es, wie schnell die Gummibälle hier reinkommen. Und wie viel. Und wie viel wir tatsächlich dann als Kaugummi entwickeln. Jetzt haben wir schon wieder 15.000 Geld, Leute. Das geht jetzt mega schnell. Und hier haben wir so einen Autosammler. Mal schauen, was der macht. Ah, der ist dann einfach noch schneller im Verkaufen. Und der nächste Upgrader kostet 10.000. Okay, Leute. Den hätten wir tatsächlich jetzt auch schon. Und den werden wir uns direkt mal kaufen. Der gibt nämlich auch nochmal plus 100. Und hier warten die Gummibälle selbstverständlich wieder, um reinzukommen in die Maschine. Viel Spaß. Ihr könnt es euch jetzt mal anschauen. Hier werden sie so in kleine Stücke verwandelt. In kleine viereckige Hölzer. Und dann werden sie in wirklich kleine, schöne Kaugummi-Verpackungen geteilt. Oh, okay. Das ist meine Kaugummi-Maschine. Schnell weg hier. Und hier haben wir noch einen Kaugummi-Geber. Oh, jetzt haben wir sogar einen Kaugummi, Leute. Lecker. Und es gibt ein einfaches Obby. Und ein hartes Obby. Wenn wir ein Obby schaffen, dann bekommen wir einen coolen Rush. Und zwar den Candy Rush. Das bedeutet, wir bekommen noch schnellere Einnahmen. Und ich denke mal, dieses Obby ist echt sehr einfach. Und das haben wir geschafft. Und ihr seht, es ist Doppelzucker-Rush für zwei Minuten. Und schaut euch mal jetzt mein Geld oben an. Wir können uns sogar tatsächlich jetzt noch einen Upgrader kaufen. Und jetzt haben wir schon wieder 100.000. Ähm, Entschuldigung. Das geht ja jetzt wirklich zu schnell. Alter, Leute. Was passiert hier? Denn unser Multiplikator liegt einfach jetzt bei zwei. Ein Kaugummi-Upgrader darf natürlich selbstverständlich auch nicht fehlen. Also hätten wir jetzt tatsächlich schon fast alle Upgrader gekauft. Ich würde ja mal sagen, wie wäre es mit einem Gummibaum? Wow. Tatsächlich haben wir jetzt einen Gummiball. Und hier fallen wirklich leckere Gummibälle runter. Also sowas wie Kaugummi-Bälle, die wir einsammeln können. Aber wie wäre es, wenn wir einfach das automatisch einsammeln lassen? Okay, äh, wenn es funktionieren würde. Aber egal, Leute. Wir müssen unsere Maschine wieder aktivieren, damit auf jeden Fall der Multiplikator noch ausgenutzt wird. Und einen Dampf-Upgrader machen wir auch noch. Und natürlich, das Limit werden wir mal erhöhen. Denn es geht jetzt so schnell. Schaut euch das mal an. Unser Geld steigt immens doll. Was uns aber natürlich noch fehlt, Leute, sind neue Kaugummis. Und zwar upgraden wir mal die kompletten Traubenzucker, also Traubengummis. Die haben die Farbe lila. Wow. Dann kaufen wir uns noch die Kiwi, die sicherlich bestimmt grün sind. Ja, ganz genau. Da kommt grün runter. Wir kaufen uns noch Wassermelone. Oh, okay. Mehr können wir uns tatsächlich nicht mehr kaufen. Aber Wassermelone ist natürlich auch mega, mega lecker. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher Geschmack euer Lieblingsgeschmack ist. Und unser Geld steckt jetzt echt mega, mega schnell, Leute. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass es so extrem schnell geht. Wir kaufen uns den glänzenden Upgrader für eine Million, der jetzt unsere Kaugummis sogar noch verpackt und glänzend macht. Da seht ihr, boah, da fallen die alle rein. Wir kriegen jetzt so, so schnell viel Geld. Das hätte ich ja mal gar nicht gedacht. Und wow, unsere Kaugummifabrik ist schon wieder voll. Schaut euch das mal an. Sind es da oben? Oh mein Gott, das ist jetzt bis da oben voll. Hey, kann ich jetzt mein Kaugummi? Hey, warte mal, Bär, weg hier, du kriegst immer noch kein Kaugummi. Bitte, ich liebe Kaugummis. Okay, dann kriegst du halt einen. Aber ich würde sagen, wir öffnen mal wieder das Tor für unsere Kaugummis. Kaufen gleich noch länger, öffnen für drei Minuten. Und da seht ihr, kommt schon wieder unser ganzes Geld hinein. Alter, das ist ja mega cool. Und drei Minuten lassen wir die Tore jetzt öffnen, damit wir auf jeden Fall genügend Platz in der Fabrik haben. Und ich höre es hier wirklich nur die ganze Zeit klingeln. Alter, wir haben 1,1 Millionen. Wenn wir schon so viel Geld haben, dann würde ich sagen, kaufen wir uns doch die letzten Wassermelonen. Und einen Schneegummiball. Okay, für 1,2 Millionen werden wir uns den jetzt auch tatsächlich mal kaufen. Und da oben kommt der erste Schneegummiball. Und den werden wir jetzt mal verfolgen, Leute. Wo ist der? Da ist er. So, da fährt er lang. Okay, nun geht er rein. So, wo ist der Weiße? Da ist der Weiße. Kommt der auch weiß raus? Nee, da ist der Weiße. Oh mein Gott, genau vor uns ist jetzt der Weiße. Und da ist er verkauft. Oh mein Gott. Und in der Zeit, wo wir jetzt einmal mitgefahren sind, haben wir einfach schon wieder 2 Millionen Geld gemacht. Alter. Aber Leute, das ist wieder zu. Unsere Fabrik ist erstmal geschlossen. Hier wird jetzt keiner mehr Kaugummis bekommen. Und guckt euch mal an, wirklich, wie schnell tatsächlich unsere Fabrik voll wird. Übrigens können wir auch wieder Geburten bekommen. Und das steht unten. Wir brauchen den orangenen Gummiball. Hm, mal schauen, ob wir das schaffen tatsächlich, Leute. Und wir graden in der Zeit mal wieder die Sachen hier ab. So, den Autosammler auf die maximale Stufe. Wir haben hier sogar so einen Speedcoil. Damit können wir richtig schnell rennen. Und ich probiere mal das harte Hobby, Leute. Das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so einfach aus, obwohl ich hier gerade echt durchrushe. Äh, bitte was? Das ist ja mega klein hier. Und, äh, Leute, irgendjemand hat jetzt gerade für den ganzen Server einen Zuckerrush gekauft. Oh mein Gott, vielen Dank, Alter. Denn hier kann man 2 Minuten Zuckerrush kaufen. Ich mach es auch mal. Und jetzt haben wir 4 Minuten 30 einen Zuckerrush auf den ganzen Server, Leute. Äh, und mit 16 Millionen können wir hier die kompletten Schneebälle kaufen. Können uns auch Minze komplett kaufen. Warte mal, was hat eine Minze für eine Farbe? Ah, hellblau. Und geschweige orange können wir auch uns das erste Mal kaufen. Wir kaufen uns das ganze Hobby fertig. Den orangenen Ball. Und wir können jetzt für 10 Millionen eine Wiedergeburt machen. Wir überspringen, fangen zwar noch komplett neu an, aber bekommen den Ananas-Gummiball. Also, was heißt Gummiball? Ich sag immer Gummiball. Das heißt einfach Kaugummiball. Als erstes kaufen wir uns hier den Gratis-Gummiball. Und da kommt er nach unten. Der erste Ball, den wir hier tatsächlich schon haben. Und wir öffnen mal das Tor. Oder es ist doch geöffnet. Wie viel bekommen wir jetzt für einen Kaugummi? Mal gucken, Leute. Der erste Kaugummi kriegt... Wow, 26 Dollar. Alter, damit können wir uns direkt sogar einen zweiten kaufen. Dass es so viel gibt, hätte ich echt nicht gedacht, Leute. Aber gut, wir sind auch immer noch bei einem Multiplikator von 2,5. Und die Zeit sollten wir auf jeden Fall ausnutzen, Leute. Solange wir noch die Zeit haben, können wir ja alle schnell verkaufen und mega, mega viel Geld machen. Okay, Leute. Jetzt habe ich wieder viel, viel gefarmt. Und mit dem Gefarmten können wir uns wieder neue Bälle kaufen. Die wir natürlich so verkaufen. So Trauben. Und Komplett Trauben ist voll gekauft. Jetzt müssen wir natürlich wieder nur öfters die Tore öffnen. Und uns upgraden, Stück für Stück. Auch natürlich hier noch immer schön verwandeln alles. Dann sieht das doch schon sehr, sehr gut aus, Leute. Denn ich meine, schaut mal, hier haben wir auch wieder die neuen Upgrader. Und jetzt haben wir schon wieder 8000 Geld gesammelt. Das geht jetzt schon verdammt nochmal schnell. Und hier ist auch alles geöffnet. Für 60 Sekunden lang alles öffnen. Die Tore sind geöffnet. Wir werden nochmal mehrere, mehrere Gummibälle herstellen. Und was? Hier kostet einige Sachen. 1000 Wiedergeburten. Übrigens gibt es hier auch noch einen Rebirth-Shop. Und hier kann man sich einige Sachen kaufen. Aber ich würde sagen, da wir so viel Geld haben, können wir ja mal noch ein paar neue Bälle kaufen, die uns dann wieder ein bisschen mehr Geld geben, wenn natürlich die Tore offen wären. Und hier können wir unser Limit erhöhen. Und für 200.000 können wir tatsächlich jetzt wieder direkt auch noch die Geschwindigkeit kaufen, wie es upgradet. Obwohl unser Lager noch relativ frei ist. Da brauchen wir das gar nicht machen gerade. Aber unseren Gummiball. Yeah. Unseren Baumgummiball, wo die ganze Zeit hier das runterfällt. Da kriegen wir 188, 1 Dollar. Was kriegen wir beim nächsten? Ein blauer gibt uns 31. Naja, okay. So richtig lohnt, tut der sich nicht, Leute. Aber diese Upgrade, die sind verdammt nochmal wichtig. Die geben uns jetzt auch nochmal richtig, richtig viel Geld, Leute. Wow. Oh, guckt euch mal an unser Geld. Und gleich eine Million. Kaufen wir uns wieder die Verpackten. Haha, da sind sie. Ihr seht es. Die fließen hier alle schon rein. Ja, geht immer rein hier. Dann können wir uns hier tatsächlich noch einen Upgrade für 2,5 Millionen kaufen. Und dann sind wir schon wieder sehr, sehr weit im Upgrade. Hier geht es weiter. Mit 53 Millionen kosten Wassermelonen. 800.000 kostet die letzte Wassermelone, die wir jetzt, genau, jetzt haben. Alter, Leute, das geht so schnell. Ich könnte wirklich eine riesige Kaukubi-Fabrik eröffnen. Freunde, wenn du bis hierhin geschaut hast, dann lass es mich jetzt wissen mit einem Daumen nach oben da. Und schreib mal in die Kommentare, Hashtag Vitamin Army. Dann kann ich dir gerne auf deinen Kommentar ein Herz geben. Und natürlich die 1,5 Millionen, die sind nicht weit entfernt. Die haben wir tatsächlich auch schon. Los, 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 macht mich reich, meine kleinen Kaukubis. Los! Haha, und die werden dann in die ganze Welt verkauft. In 5 Sekunden schließt sich natürlich unsere Fabrik. Das bedeutet, ihr seht mal, wie schnell dieser Stau funktioniert. Da, oh, bäm, jetzt sind die Kaukubis hier. Und gleich sind sie schon dort oben. Alter, die reihen sich so sowas von schnell an und werden so schnell voll, da haben wir absolut gar keine Chance. Wir öffnen die Tore für 6 Minuten. Viel Spaß! Für 2,5 Millionen kaufen wir uns jetzt noch den Oval-Upgrader. Wow, ich weiß gar nicht, ob wir den davor auch schon hatten. Alter, der sieht echt nice aus. Wir können den an- und ausmachen. Und der gibt uns zu 67% mal 2 und zu 5% 50.000 und zu 5% 5.000 und zu 3% gibt der uns Funkeln. Mal gucken, ob wir irgendwie was sehen. Und ja, da war sogar wirklich ein Funkeln da, Leute. Oh mein Gott, wie cool! Und hier können wir sogar an- und ausstellen, welche kommen sollen und welche nicht. Was eigentlich auch mega cool ist, weil dann kann man die schlechten, die eigentlich nur 1 Dollar geben, zum Beispiel hier ganz, ganz oben, kann man ausstellen und dort kriegen wir diese Noob-Gummibälle. Kriegen wir nicht mehr. Alter, wie cool! Und unser Obby ist auch tatsächlich wieder voll. Das bedeutet, wir können für 15 Millionen unseren nächsten Rebuff machen. Aber da steht darüber, Nix da überspringt. 375 Millionen. Hey, ich meine, die schaffen wir auch noch, Leute. Vielleicht schaffe ich ja noch mal das harte Obby hier, Leute. Aber das ist echt nichts für schwache Nerven, wollte ich gerade sagen. Also der Anfang ist echt noch easy, aber dann wird es sehr, sehr schwer. Vorsichtig über die Kanten springen. Und nicht geschafft. Super! Dann machen wir halt den Easy-Parcours, den wir auf jeden Fall easy schaffen, denn sonst wäre der wirklich nicht easy. So, den hätten wir geschafft. Jetzt können wir noch mal richtig rushen, was das Geld angeht. Schauen wir mal bei unserem Nachbarn nach. Der fahrt da um den Baum die ganze Zeit die Bälle, was übel sinnlos ist. Und hier wäre der tausendmal schneller. Aber naja, gut. Gut, Tipps geben wir halt mal nicht heute. Und Leute, schaut mal, jetzt würden wir schon 7 Wiedergeburten bekommen, weil wir 300 Millionen gesammelt haben. Dann kann ich dir mal meinen Tycoon zeigen. Komm schon, komm schon. Okay, zeig uns mal deinen Tycoon. Ich werde mal mitfahren. So, es geht in diese Richtung. Schauen wir mal seinen Tycoon an. Und, äh, warte mal, was? Das ist meine Fabrik. Die Quilchenten sind dabei. Alles ist dabei. Schau mal. Tut, tut. Äh, warte mal, was? Leute, was kann man denn hier alles noch upgraden? Hier gibt es so ein kleines Haus. Da gibt es hier so eine cool Geschmacksverstärker. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Da-Epic-Duck. Und hier haben wir auch noch einen Upgrader. Alter, Leute, das kann man ja richtig krass noch upgraden. Aber wir schauen mal bei unserem Tycoon. Und wir bekommen jetzt auch 13 Wiedergeburten. Und ich würde sagen, die haben wir natürlich gemacht. Und jetzt schauen wir noch ein letztes Mal, was wir so alles bekommen. Leute, ich habe mir jetzt nun schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar habe ich jetzt einen Upgrader bekommen. Schaut euch das mal an. Wir können jetzt unser Feld upgraden und entscheiden, was wir hier bauen sollen. Hier würde ich sagen, also den haben wir natürlich schon ausgerüstet. Graden wir mal den hier ab. Und wir können immer den besten upgraden. Und hier können wir auch was upgraden. Aber ich würde sagen, wir machen natürlich immer den besten Upgrader überall hin. Zack. So, ich habe mir den überall bei gekauft. Dafür fehlt uns natürlich erstmal ein bisschen Geld. Also wir könnten uns jetzt den glänzenden Upgrader kaufen. Aber für 2,5 Millionen können wir uns natürlich auch noch einen anderen Upgrader kaufen. Und den würde ich sagen, stellen wir mal direkt da hin. Und hier haben wir ihn. Der uns manchmal noch richtig, richtig seltener upgradet. Und hier haben wir auch noch abgeschlossene Sachen, die wir hier mal abschließen sollten. Dann kriegen wir Geld. Und schaut euch das mal an. Wir kaufen direkt den nochmal. Den tollen... Oh, okay. Man kann den nur einmal kaufen. Dann kaufen wir halt den hier nochmal. Dass es jetzt so alles schnell geht, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Denn wir haben nur ein paar Wiedergeburten gemacht. Und öffnen die Tür. Alle Gummibälle rein dort. Und schaut euch mal unsere Millionen an. Wir kaufen mal die kompletten Minze voll. Und natürlich, die Orangenen dürfen nicht fehlen. Ich meine, 7 Millionen haben wir. 9 Millionen. Ja, okay. Die haben wir gerade auch noch so. Und jetzt können wir noch mehr am Romen kaufen. Und zum Beispiel bei uns ist jetzt nur Ananas freigeschalten. Denn die anderen Wiedergeburten haben wir alle noch nicht. Da ist der. Schaut euch ihn mal an. Ein Ananas-Kaugummi. Wir verfolgen ihn mal. Wie sieht der da drinnen aus? Okay, ich kann ihn nicht mehr erkennen. Ist ja wohl ganz egal. Aber Leute, wir haben jetzt in der Zeit schon 180 Millionen gesammelt. Alle Ananas-Bälle sind damit auch gekauft. Und Leute, wir könnten uns schon wieder reburten. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr gerne mehr von dieser Fabrik sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht kostenlos abonnieren, um keine neuen neuen Videos mehr wie dieses hier zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen neuen Video. Bis dahin. Tschüss.